Vorsicht, wir schauen heute auf eine Anlageklasse, die etwas spekulativer sein kann als Aktien. Wir sprechen nämlich von Anleihen. Ja, Anleihen können eine sehr spekulative Anlageklasse sein, aber sie sind meines Erachtens insbesondere für diejenigen interessant, auch für Privatanleger, die damit rechnen, dass uns eine Rezession ereilen wird. Das ist nämlich meines Erachtens in den aktuellen Notierungen nicht enthalten. Und von daher, wir sprechen heute über Spekulation. Wir sprechen über potenzielle Renditen von 30 oder 40 Prozent. Ich werde euch auch vorstellen, wie ich das Ganze in meinem Depot umsetzen würde, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Gefühlte zehn Jahre lang hat mich nie irgendjemand nach Anleihen gefragt. Das hat sich in den letzten Monaten verändert. Und es ist wichtig, sich mit einer Anlageklasse zu beschäftigen, bevor man hier investiert oder spekuliert. Und was man ganz klar auseinanderhalten muss bei Anleihen, ist der Unterschied zwischen Zins und Kurs. Ihr habt wahrscheinlich schon mal gehört, dass die amerikanischen Regionalbanken auf einem enormen Berg an Verlusten sitzen. Die Rede ist von 700 bis 900 Milliarden Buchverlusten. Und zwar deshalb Buchverluste und nicht reale Verluste, weil diese Banken nicht Mark-to-Market bilanzieren müssen. Das heißt also, Anleihekursverluste, die entstanden sind, müssen nicht ausgewiesen werden in jedem Quartal bzw. aktiviert werden, sondern erst am Ende der Laufzeit. Und es gibt selbstverständlich ein Bedrohungsszenario, und zwar dann, wenn die Laufzeiten, die hier in den Portfolios von den Regionalbanken, auch von einigen Investmentbanken liegen, wenn die dann fällig sind, und wenn dann plötzlich nicht mehr zu 0 oder 1% finanziert werden kann, sondern wenn zu aktuellen Marktzinsen, also über 5%, refinanziert werden müsste. Dann wäre nämlich das Ende der Laufzeit erreicht und dann wird es ein echter Verlust. Die Vorstellung also, dass beispielsweise aus Gründen, die wir hier jetzt einfach nur in den Raum stellen, also ominös lassen, wir sagen jetzt einfach mal, der Zins bleibt aus bestimmten Gründen noch zwei oder drei Jahre auf einem Niveau von 5%. Dann kann man mit einer gewissen Sicherheit sagen und selbstverständlich auch entsprechende Videos drehen, in denen man diese These äußert, dann muss man damit rechnen, dass es zu einer massiven Bankenkrise kommt. Insbesondere, ich habe es schon gesagt, im Sektor der Regionalbanken der USA und der ist riesengroß dieser Sektor. Wir haben schon erlebt, was es für Geld brauchte, um die Silicon Valley Bank zu retten. Also das mal 10 oder mal 30 oder mal 50, ja, das wäre eine massive systemische Krise. Nur, das wissen natürlich auch alle Beteiligten. Deswegen geht der Markt derzeit davon aus, dass der Zins auf jeden Fall wieder sinken wird. Bei Anleihen unterscheiden wir also zwischen Zins, das ist das, was je nachdem, welches Intervall hier vereinbart ist, fließt. Und wir unterscheiden zwischen Kurs. Und viele Fragen, die mich von Privatanlegern erreichen, die gehen wahrscheinlich in die Richtung, wie profitiere ich von dem Zins? Sie wollen aber nicht so sehr die Kursverluste in Kauf nehmen. Und das kann man. Wir bekommen ja momentan aufs Festgeld, das ist der Vorteil, dass dieser inversen Zinsstruktur, ich bekomme für kurze Laufzeiten mehr als für lange Laufzeiten. Das heißt also, viele Broker können euch eine attraktive Verzinsung bereitstellen oder euch die geben, wenn ihr es denn nutzt. Und ihr solltet das nutzen, weil sie hier mehr Zins bekommen, wenn sie sich quasi am Markt refinanzieren, für kurze Laufzeiten als für lange Laufzeiten. Und von daher nutzt das bitte. Das kann man machen. 4% Zins ist, glaube ich, ich will nichts Verkehrtes sagen, ich habe jetzt nicht geguckt vor dem Video, es gibt bei Trade Republic was entsprechendes, bei Scalable was entsprechendes, bis zu einer gewissen Größenordnung. Wenn also ein professioneller Manager eines Anleiheportfolios kommt und sagt, ich hätte da 400 Millionen anzulegen, dann kriegt er das natürlich nicht. Dann muss er tatsächlich am im Übrigen viel, viel größeren Anleihemarkt aktiv werden. Also der Anleihemarkt ist deutlich größer hinsichtlich seines Volumens als der Aktienmarkt. Wir haben also die Zinskomponente, die ist bei Staatsanleihen, bei sicheren Unternehmensanleihen safe. Das bekommt ihr ausgezahlt. Das hat allerdings dennoch nicht dazu geführt, dass man in den letzten Jahren mit Anleihen Geld verdient hat, weil die Kurse unter Druck geraten sind. Und ich möchte jetzt heute den Teil auslassen, der aber für euch sehr wichtig ist, wenn ihr hier aktiv werden möchtet, wie Anleihen funktionieren. Ich habe das im Report im Übrigen auch schon gemacht. Wenn ihr euch anmeldet, könnt ihr euch das im Archiv ansehen. Das heißt also, eine steigende Rendite, wir gucken uns das jetzt ganz kurz mal an, nur um das klar wird, eine steigende Rendite, US 30 Jahre. Eine steigende Rendite bedeutet im Umkehrschluss fallende Anleihekurse. Und das muss man ganz klar unterscheiden. Die meisten, wann immer hier die Rede ist, von großen Verlusten auf dem Anleihemarkt oder ihr auch zum Beispiel hört, dass Hedgefonds unter Druck geraten, die hier sich in eine Richtung positioniert haben und dass das gegebenenfalls auch den Aktienmarkt beleisten kann, dann oft deshalb, weil die Verluste, die im Anleiheportfolio auftreten, auch wenn es Buchverluste sind, man kann ja natürlich nicht sagen, macht nichts, das wird irgendwann wieder besser. Das können die Banken tatsächlich machen. Die meisten Hedgefonds können das allerdings nicht machen. Das heißt also, sie werden dann oft auf dem Aktienmarkt aktiv, verkaufen dort Positionen, um die Verluste auszugleichen. Führt für den heutigen Gedanken zu weit. Wichtig ist mir nur, hiermit auf den Weg zu geben, eine Spekulation im Anleihemarkt, egal wie sie aussieht, und ich werde euch gleich eine zeigen, die ist eine, man ist dann in einem Markt aktiv, in dem ansonsten überwiegend institutionelle handeln. Es gibt dort kein Alpha, wie es so schön heißt, also einen Vorsprung, den ich mir herausarbeiten kann, weil irgendeiner etwas nicht sieht. Der Anleihemarkt ist höchst effektiv. Der Anleihemarkt spiegelt zu 100% den Status Quo wieder. Das heißt, wann immer ich hier auf einen Kursgewinn wetten möchte, heißt das, ich muss eine spekulative Annahme treffen. All die Dinge, die ich normalerweise und sehr häufig, und gerade Privatanleger, so im Kopf habe, nämlich, der Markt übersieht das, das kann man einfach mal behaupten, für einen Nebenwert, ist auch da in der Regel nicht so, dass man schlauer ist als der Markt, weil man gerade eine interessante Analyse gesehen hat, oh, ich glaube hier dieses CO2-Verfahren, gleich weiß der Markt das noch nicht. Doch, das weiß der Markt, aber er schätzt offensichtlich die Chancen derzeit nicht so hoch ein, oder, wenn wir bei also hochspekulativen Werten bleiben, oder aber er sagt, das wird erst in fünf Jahren eintreten, und was macht dieser hochspekulative Wert, was macht dieses Unternehmen in den nächsten fünf Jahren, bis wir da sind? Das ist ja ein Riesenunterschied. So, im Anleihemarkt sollte man mal gar nicht davon ausgehen, dass man irgendwie schlauer ist, aber man kann natürlich gewisse Arbeitsthesen aufstellen. Und eine Arbeitsthese wäre, dass die Rezession kommt, momentan in den aktuellen Notierungen am Aktienmarkt. Wir blicken einfach spaßeshalber mal auf den S&P 500. Wenn wir uns jetzt diese Notierung angucken, jetzt interessiert uns nicht das kurzfristige, sondern wir sind relativ hoch im Niveau. Meines Erachtens, ja, wollen wir es jetzt nicht zu kompliziert machen, meines Erachtens sieht es momentan sogar so aus, als ob die Indizes, passt ja zur Jahreszeit, zur Oberseite ausbrechen könnten. Das ist definitiv ein Kurs, ob nun der S&P 500 oder der Nasdaq 100 oder der DAX, in dem entweder ein No-Landing, also es kommt gar keine Rezession, oder eine sehr softe Rezession eingepreist ist. Mehr nicht. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, es gäbe Anleger, und die werden ja gerade in den sozialen Medien auch auf einigen Kanälen dazu angehalten, zu sagen, ihr seid ja so blind da draußen. Ja, das ist sowieso die, ich rede mich hier nicht in Rage, aber sowieso die Annahme, das ganze dumme Fußvolk hat keine Ahnung, was am Aktienmarkt passiert, ihr werdet schon sehen, das endet in Schutt und Asche. Gibt es. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, ihr sagt, und das halte ich für möglich, ich habe euch ja einen Indikator hier vorgestellt, dass der Markt in eine Rezession reinrutscht, dann werden Aktien ziemlich sicher im Kurs sinken, zumindest in einer ersten Reaktion. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir stellen das als Arbeitsthese auf, ich gebe euch hier eine Möglichkeit und ihr entscheidet dann selber, ob ihr die für wahrscheinlich haltet oder nicht. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Rezession wird sogar noch ein bisschen schwerer. Es soll ja den einen oder anderen geben, der denken, der Markt ist zu optimistisch. Dann können Anleihen sehr interessant werden. Denn in den aktuellen Anleihekursen, und ich zeige euch jetzt mal die Anleihe, die ja eigentlich gar keine ist, die wahrscheinlich die meisten kennen, weil sie ja selbst in der Tagesschau hin und wieder besprochen wird oder in jeder Wirtschaftszeitung mit drin ist, im Handelsblatt, der Bund Future. Warum ist das eigentlich gar keine Anleihe? Weil es eine fiktive Anleihe ist. Ja, sie wird gehandelt, man kann auch Derivate darauf handeln, man kann auch stets zehnjährige Staatsanleihen kaufen, die haben aber nicht die gleiche Verzinsung. Der Bund Future ist eine fiktive Anleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Zinscoupon von sechs Prozent. Und hier seht ihr, was mit dem Kurs an der Anleihe passiert, wenn die Zinsen, Schrägstrich die Zinserwartung, Schrägstrich Rendite am Aktienmarkt steigt. Steigen die Renditen, fallen der Anleihekurse. Und vielleicht nur als ganz kleine Anekdote, die Älteren unter euch werden sich erinnern. Das hier ist das Jahr 2015. Da kam es nämlich zur Revolution am Anleihemarkt. Ihr seht hier, dass der Kurs von 160 deutlich zur Unterseite abgeprallt ist. Und in diesen ganzen Jahren, rechnerisch war es den meisten schon klar, aber es galt, der Bund Future, wie gesagt, wir versetzen uns in eine Zeit weit, weit zurück. In dieser Zeit galt, der Bund Future wird niemals über 160 ansteigen. Und ihr seht, wie hier, falls man das auf dem Smartphone sieht, wie hier auch die Kurse deutlich zur Unterseite abgeprallt sind. Wenn man gesagt hat, 160, das ist doch der einfachste Short, also die einfachste Möglichkeit, von fallenden Kursen Geld zu machen oder daraus Geld zu machen, davon zu profitieren, denn er kann doch nicht über 160 ansteigen. Warum hat man das gedacht? Naja, wenn ein Zins bis auf Null fällt und wir haben eine 10-jährige Anleihe mit einem Zinscoupon von 6%, dann ist der Kurs, der rechnerische Kurs, 160. Er kann ja nicht über 160 steigen. Warum nicht? Naja, weil Zinsen ja nicht ins Negative gehen können. Geld doch gar nicht. Ansonsten kriegst du ja noch Geld dafür. Und genau so kam es dann. Und dann wurde auch klar, dass natürlich die Zinsen ins Negative gehen können und 2017, 18, 19, 20, ganz lange gab es ja gar keine Diskussion mehr. Ja, Negativzinsen, was haben wir für Videos darüber gemacht? Mit einem Mal war es dann selbstverständlich. Bis dahin, in der alten Welt, waren aber negative Zinsen etwas, was man als Theorie vielleicht kannte, aber sich so nicht vorstellen konnte. Naja, und wenn die Zinsen negativ sind, so wie hier über Jahre hinweg, dann haben wir es selbstverständlich mit einem Bund Future zu tun, der auch über 160 notieren kann. Diesen Zusammenhang muss man verstehen. Und nochmal der wichtige Disclaimer, wer immer hier aktiv wird, muss tiefer in diese Materie einsteigen, bevor er möglicherweise vielleicht sogar ein Derivat kauft oder sonst irgendetwas macht. Ich möchte hier nur einen Hinweis geben, eine Möglichkeit, wie man von einer Rezession, die so keiner erwartet, profitieren könnte, mit kleinem Sicherheitspuffer beziehungsweise mit einer Versüßung der Wartezeit. Kommen wir gleich noch zu. Das ist also der Bund Future. Es haben sich einige im Übrigen die Gedanken gemacht und haben gesagt, naja, wenn ich mich als Staat wirklich billig verzinsen kann, also billiger als 0 oder 1 oder 2 Prozent wird es ja wahrscheinlich nie werden, oder? Also, nehmen wir doch einfach eine 100-jährige Anleihe. Das haben die Österreicher gemacht. und wer jetzt sagt, das ist doch irgendwie crazy oder verrückt. Ganz ehrlich, jetzt sind wir in der Situation, dass wir als deutscher Staat sagen, wir brauchen Geld für die Energiewende. Ich muss euch nicht, diese ganzen Aufregerthemen, brauche ich euch nicht alle erzählen. Und jetzt wird klar, wir haben ein Schuldenberg, wir müssen massiv in Infrastruktur investieren, in alles Mögliche. Ich glaube, der Bund war gerade auch dabei, Aleph Alpha, unsere eigene AI mit zu unterstützen. Und all das kostet natürlich Geld. Das kann der, der Bund macht keine Überschüsse. Wenn der Bund irgendwo groß investiert mit ein paar hundert Millionen, dann muss er sich die paar hundert Millionen irgendwo holen. Und dafür bezahlt er momentan eben nicht 0 oder 1 Prozent, sondern viel mehr. Insofern kann man ja mal sagen, das, was die Österreicher gemacht haben, das war nicht so unclever. 100-jährige Staatsanleihe, aktuell bei 64 Euro. Und wenn man sich jetzt fragt, 64 Euro, dann heißt das, ich bekomme, ich zeige es euch mal hier, das ist diese Anleihe, die hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2100. Hier ist sie. Die Fälligkeit ist 2117. Wer also jetzt zu 64,76 kauft, der bekommt 2117 den Nominalwert von 100. Kann natürlich sagen, haha, das sind ja sichere 35 Euro Kursgewinn hier auf die Anleihe. Bitte darauf achten, das sind Prozentnotierungen, keine absoluten Notierungen. Ich habe es schon gesagt, wer hier aktiv werden will, der muss sich vorher damit beschäftigen. Ansonsten, da es aber nicht als Hochrisikoklasse gilt, kann man das bei den meisten Brokern, aber nochmal erst beschäftigen. Also, ich bekomme 100 Prozent wieder, zahle momentan 64 Prozent. Sind ja easy 35 Prozent. Wenn ich es in Euro rechnen würde, 35 Euro nur, bis zum Jahr 2117 sind halt auch noch, naja, Kopfrechnen, 94 Jahre. Und das ist natürlich eine relativ schlechte Verzinsung. Und der Unterschied ist da nochmal zu sehen, das hier ist eine jährliche Verzinsung von 2,1 Prozent. Die bekomme ich jedes Jahr. Das ist also nicht nichts. Das war, darum geht es, das war hier oben. Im Dezember 20 stand der Kurs bei 223. Ich möchte darauf hinaus, dass man die Wirkungsweise der Anleihen versteht. Das war hochattraktiv. Am Markt gab es Null- oder Negativzinsen. Da ist diese Anleihe natürlich enorm viel Wert gewesen. Jetzt gibt es am Markt für zum Beispiel kurzlaufende Anleihen, aber auch für 30-Jährige Anleihen gibt es viel mehr als 2,1 Prozent. Dementsprechend ist der Kurs hier unten. Wann würde dieser Kurs zur Oberseite reagieren? Wenn der Markt annimmt, es gibt dafür nämlich kein Automatismus, wenn der Markt sagt, oh, die Zinsen werden jetzt sinken. Momentan ist eingepreist, zumindest für den amerikanischen Markt, der europäische wird wahrscheinlich etwas früher aktiv. Momentan ist eingepreist, weil bei uns die Inflation schon schneller sinkt, wir haben nicht diesen robusten amerikanischen Arbeitsmarkt. Zwischen April, Mai, Juni im Jahr 2024 sollen die ersten Zinssenkungen in den USA kommen. Ich sage sollen, denn sämtliche Schätzungen der letzten zwei Jahre waren mehr oder weniger alle falsch. 14 Mal in Folge haben die Volkswirte die amerikanische Wirtschaft schwächer gesehen, als sie tatsächlich war. 14 Mal in Folge. Das ist ein Rekord. Und da sind nicht die amerikanischen Volkswirte dran schuld, sondern dass es momentan wahnsinnig schwer einzuschätzen ist. Wenn man aber davon ausgeht, dass die Rezession kommt, dass sie schwerer ist als derzeit erwartet, dann wird automatisch eingepreist, oh, die Zinsen können schneller sinken und dementsprechend würden dann solche Anleihen im Kurs reagieren. Die 2,1% Verzinsung sind ein Goodie. Wer weiß, ob man überhaupt so lange halten würde. Aber das Einpreisen einer schnellen Zinssenkung würde zu einer deutlichen Kursreaktion führen. Und nur nochmal der Zusammenhang. Das hier ist ebenfalls eine 100-jährige Anleihe aus Österreich, aber nur 0,85%. Ihr seht, dass der Kurs hier deutlich tiefer ist. Bei 39, während die andere bei 64 stand. Natürlich, wenn ich auf 94 oder 95 Jahre Laufzeit dann rausrechne, dass ich auch noch jedes Jahr 1,4% weniger Zinsen bekomme, dann ist die Anleihe halt noch weniger wert. Sie ist aber auch noch spekulativer. Das heißt also, wenn die Zinsen deutlich sinken sollten, dann werden diese Anleihen zur Oberseite reagieren. Beim Bund Future natürlich genau das Gleiche. Und ich sage es ganz offen, ich habe in keiner, auch weil dieser Ansatz momentan so populär ist, habe noch gar keine Position in einer Anleihe eröffnet. Wenn, und den möchte ich euch einfach noch mit auf den Weg geben. Wenn, dann würde ich es wahrscheinlich machen mit Risikopuffer. Und das könnte man zum Beispiel, indem man auf Unternehmensanleihen geht, in Europa, und ich möchte hier ganz bewusst, die Leser kennen das Produkt schon, auf einen gehedgten Fonds eingehen, einen ETF. High Yield Corp, heißt also hochverzinsliche Unternehmensanleihen, nicht unbedingt Triple A, sondern eher darunter, aber immer noch, wenn ihr euch die Unternehmen anschaut hier, das sind die Top Ten, aber ihr seht, die Gewichtung ist nicht hoch, hier sind also ja, ich glaube, zwei, dreihundert Werte drin. Auch USA, auch Europa, und wenn ihr euch die Unternehmen, Western Digital, uns und Vodafone, das sind jetzt keine Unternehmen, die kurz davor sind, die Segel zu streichen, im Gegenteil, die, deren Anleihen aber relativ hoch verzinst sind und gehedged, warum? Ein Hedge kostet eigentlich immer Geld, ist aber hier relativ, finde ich, immer noch überschaubar, die Kostenquote dürfte bei 0,5%, 0,55%, finde ich ist okay, gehedged deshalb, weil, wenn Spekulationen, dann konzentriere ich mich gerne auf eine und wenn ich jetzt ungehedged auf amerikanische Hochzinsanleihen setzen würde, dann habe ich zwar eine Verzinsung, aber ich habe natürlich immer noch das Währungsrisiko, wenn der Euro deutlich gegenüber dem Dollar aufwertet, dann kann es sein, dass diese gesamte, selbst wenn die Spekulation aufgeht, ich da keine Gewinne erzielen und deswegen konzentriere ich mich gern auf eine Spekulation und in dem Fall bedeutet das eben, dass ich diese Währungsverluste hier gehedged habe in diesem ETF und wenn man sich die jährliche Rendite anschaut, dann ist sie natürlich nicht fix, insbesondere, wir kommen gleich auf den Kurs, wichtiger ist mir, dass man sich anschaut, wie die Rendite ist, wenn wir mal nicht auf den Kurs schauen, denn es ist ein ausschüttender ETF und es ist ganz klar keine Kaufempfehlung, ich zeige euch, was ich wahrscheinlich machen werde, wenn ich einen Markt sehe, beziehungsweise wenn ich deutlichere Hinweise darauf bekomme, hier wird eine Rezession bald uns ereilen und sie wird wahrscheinlich schwerer, als der Markt annimmt. Ich muss nicht der erste spekulative Käufer sein, ich muss nur einigermaßen früh noch dran sein, wenn dann dieser, denn ich kriege auch eine laufende Ausschüttung, die ist für das Jahr 2023 bei 5%, die gibt es also aufgrund der Ausschüttung tatsächlich in Form von Ausschüttung, die dann auf das Konto kommen, also das andere Pendant dazu wäre teseraurierend, dann wird es in den Kurs mit reingerechnet, bei ausschüttenden ETFs fließt das Geld richtig raus, wie eine Dividende, aber es ist eben eine Zinszahlung und das ist dieses Jahr schon mal 5%, hochattraktiv, dieser ETF selbst hat, wir schauen ihn uns an, keine Rendite gemacht auf Jahressicht, upsala, haben wir hier den richtigen, ich möchte noch was kürzel, nicht das, nicht hüge, hüge, hügelig, sagen die Däne, hügelig, gemütlich. Also, wenn wir uns den anschauen, Oktober 23, Oktober 22, in etwa, gleicher Kurs, also, außer Spesen nichts gewesen, könnte man behaupten, aber es gab eben die 5% an Ausschüttung und das ist natürlich für mich ein gewisser Sicherheitspuffer bei so einer Spekulation, von daher, das ist für mich ein ganz interessantes Produkt, ich bin hier aktuell noch nicht investiert, aber jetzt habe ich euch mal den Anleihemarkt zumindest in ganz, ganz kleinen Auszügen ein bisschen vorgestellt und der Rest ist, ich habe es am Anfang schon gesagt, Spekulation, ja, bei Anleihen bitte ganz wesentlich darauf achten, dass die Verzinsung ganz schön ist, aber die Kursverluste, die habe ich dennoch und die meisten Anleihkäufer, die ich kenne oder diejenigen, die investieren möchten, die haben ja nicht vor, 94 Jahre zu halten, in den seltensten Fällen 30 oder 10 Jahre, das heißt also, für die ist ganz entscheidend, wie sich der Kurs bis dahin entwickeln wird und abschließend nochmal der Hinweis, das alles wird außer Kraft gesetzt, das wird meines Erachtens zuerst in der Eurozone passieren, dann wahrscheinlich auch bei der FED, wenn nicht alles gut geht, formulieren wir es mal so, diese Zinskurvenkontrolle ist das letzte Mittel, kennen wir, weil Japan das bereits gemacht hat, 10 Jahre lang, waren aber andere Voraussetzungen, als wenn das die FED machen würde, was das also bedeutet, für die eigenen Anlagen, das werde ich in diesem Video besprechen, absolut kostenlos, schicke ich euch, ich habe schon gesagt, wahrscheinlich nächste Woche raus, müsst euch dafür nur beim kostenlosen Report eintragen, könnt ihr machen, irgendwo hier ist der Link eingeblendet, sonst hier unter dem Video. So, jetzt freue ich mich auf eure Kommentare und stellt sie gerne vor, wenn ihr sagt, ich habe hier eine ganz interessante Anleihe und dann gerne auch mit den Daten drumherum, Laufzeit, Verzinsung, warum glaubt ihr, dass die interessant ist, stellt es hier unten bei den Kommentaren rein und dann geht es weiter, wir hören uns wieder hier am Mittwoch. Macht's gut, bis dann und ciao.